SALT! Also ich würde mal sagen, als Mitglied des Verwaltungsrates von Salto, seit mehreren Jahren unterdessen, entgegne ich diese Sache eigentlich als eine große Chance. Ich glaube, es ist Teil der Mischung von Salto schon seit immer, diese Pluralität in den Medien irgendwie zu garantieren oder versucht, das wieder herzustellen. Momentan ist es meiner Meinung nach nicht gegeben. Diese Slap, diese Klage, die momentan in einer Mediation liegt, aber wie erklärt wurde, sich in einer Klage enden wird, ist ein gravierendes Beispiel der Situation, die wir hier haben. Es ist auch ein einziger Fall, würde ich sagen, dass es mal selber nicht nur ein potenter Unternehmer ist, der eine kleinere Zeitung angeht, sondern ein Konzern, der auch selber Medien betreibt. Deshalb würde ich sagen, die Sache habe ich eben, wie gesagt, als eine Chance gesehen. Ich sehe das jetzt als eine Chance, um eigentlich mal zum springenden Punkt der Mischung von Salto zu kommen und auch zum springenden Punkt unserer Mediendemokratie im Lande. SALT!